Mein Name ist Harald Straßburger. Ich habe die Ehre hier im Klinikum Ahlfeld als Chefarzt der Allgemeinviszeral- und Minimalinvasiven Chirurgie und als Ärztesdirektor des Krankenhauses tätig zu sein. Der Kontakt mit Menschen ist das, was mich an der Medizin so fasziniert. Auf der einen Seite die Patienten gesund machen zu können, aber auf der anderen Seite auch empathisch auf Patienten zuzugehen, die ein bisschen mehr als nur eine Operation brauchen. Wichtig ist, dass man sich von dem Image, das viele Krankenhäuser haben, dass der Patient nur eine Nummer ist, entfernt. Ich glaube, es ist ganz notwendig, dass der Patient sich wohlfühlt, denn wohlfühlen und gesund werden bilden ein ganz enges Paar.